wir bleiben unten bewegen uns hier so entlang dann wieder gerade einfach nur mal bis dahinter zu kommen vielleicht auch mit der Bahn so danach sind wir bleibt aber ich würde jetzt gerne so einen einstellen genau die banschung fertig für das erste teams wo wir bisschen verschieben und bis dahin so ich möchte nicht so eine bahn machen und dann da hinten aussteigen kann und dann fährt die nummer einmal hier aus nur einfach nur rundbahn wenn nicht ich weiß nicht unvollständig ist das brauchst du mir nicht zu sagen wagen wozu zu ganz gut können wir machen test starten so genau einfach ein bisschen umschauen kann dann sollte da halten und danach hier vielleicht am was sie innen drin dran vorbeifahren hier drüber hier so drüber und dann wieder runter so habe ich es mir bis jetzt vorgestellt eingang hier der eingang und da den ausgaben ausgaben da so hin perfekt ja eingangstück platzieren und da können wir vielleicht noch ein bisschen geld verdienen gut marketing auch funktioniert nicht schienbahn oh gott die koste so viel jetzt nein finde ich jetzt nicht so toll die könnten wir da hinten hinbauen das neben den eisenbahnschienen ja jetzt habe ich nur viel geld ausgegeben geld finanzen füge ein darlin zu 10.000 ja ich weiß ich soll ein darlin zurückzahlen aber ist mir jetzt egal ich will jetzt die hier hinten bauen genau dahin wir machen mal pause und bauen es dahin 15.05 minuten es gibt sowieso nicht darauf war es jetzt nicht gefasst ich dachte wir halten noch ein wenig aber so kann man sich so davor bitte einmal kurz perfekt und da hatten wir den weg so es gibt da so entlang komm komm dann machen wir doch gleich so testen äh premium pass premium pass eingang und premium pass ausgang so warte schlange dumm dumm geht genau dieselbe strecke nur so man kommt halt wenn man den hat früher rein so also wenn da leute anstehen kommt man da gleich vorbei ähm premium pass hat auf jeden fall die höhere priorität wir öffnen und müssen ein bisschen dekorieren Szenerie nein ich möchte hier ein gebäude hinhaben das soll so hier dran stehen und dann würde ich mir wünschen wenn da irgendwie so ein Weg drüber gehen würde hm ich bin vielleicht über den Ausgang komm über den Ausgang machen wir den hin oder über den Eingang na vorne machen wir ihn hin so nein drehen 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 oder doch eher so ich bin noch am überlegen den Müll einmal verschieben auf jeden Fall der kommt hier so her ähm ähm da 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 doch so machen wir es so 46% erst was äh Baupläne so natürlich kommen wieder ein bisschen Bäumchen hin n m hm na machen wir da wieder den Brunnen hin da wieder ein äh ne 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 den ähm wir nehmen wieder wo haben wir denn und zerwatten aber diesmal drehen wir das so hin damit die vom Zug des aussehen 98%. Nur noch eine Kleinigkeit. Daher hilft es sich auch schon, was ich will. Aber ich finde ihn gerade nicht. Nein, 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 nein. Da. Dun. 100%. Äh, Finanzierung 7. So. Alles gut. 5000 haben wir jetzt nur zum Verbrassen. Ich sage absichtlich 5000, weil ich gern noch hier äh, lieber noch ein bisschen Ah, ne, das muss ich auch verschnurmen. So. Nein. Ähm. Lieber hier noch ein bisschen Geld auf der Seite hätte. Äh. Nicht so gut. Das kürzt man glaube ich jetzt lieber mal wieder. Uuuup. Uuuup. So. Ein bisschen in die Kulissen schauen lassen. Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Da geht's ab jetzt nach unten. Hm. Okay, doch, lieber nicht. Äh. Hm. Wieso geht... Ach, weil wir da da mitten drin sind. Schade. Guck mal mal. Ach, da könnte man vielleicht schon ein bisschen. So. Nein. Zurück. Ich würde da gerne gerade kommen. Äh, vielleicht doch. Ja. Hm. Okay, gut. Geht nicht mehr so. So. Jetzt fahren wir da über das Wasser. Wupp und wupp. Bei wie viel sind wir? Uah. Zu viel Geld ausgeben. Wir müssen aber noch besser vorkommen. Hm. 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 So, vielleicht. Und dann da hinunter. Ah, war sogar fast eins zu hoch. Okay. So. So. Okay, gut. Doch nicht. Hm. Das ist... Weil wir kein Geld mehr haben. Das wegen. Wir könnten aber vielleicht hier schon gleich ein bisschen rüberfahren. Vielleicht verlängern. Nee, komm mal. Trotzdem nicht eher hin. Ah. So. Okay, gut. Fertig. Ah. Nun, das war ein kleines Stück. Von da bis da. Ist von nur noch. Dann hätten wir es. Ach, da kann ich die einzelnen Stationen eröffnen. Ist ja immer cool. Zwei Züge. Hm. Ich hätte die Stationen sogar bisschen kleiner machen können. Naja, egal. Ach, da kann ich... Pro Station kann ich Zuganzahl ändern. Machen wir mal vier Züge. Testen. Okay. Äh, die Wartezeit vielleicht gleich noch ein bisschen erhöhen. Äh, beenden wir gleich mal. Äh, Geschwindigkeit. Wartezeit. Wartezeit kann ich noch gar nicht erhöhen. Okay, gut. Dauert wohl noch ein bisschen. Oh, wir haben schon 2000. Cool. So, können wir das noch weiterbauen. Ach, nee. Oder auch nicht. So. Ich würde sagen, wir machen das dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir haben nicht schon 21 Minuten. Ja. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal bauen wir hier die Strecke fertig. Und schauen, damit wir dann unsere zwei Darlehens irgendwann zurückzahlen können. Ja. Könnte interessant werden. Wir haben jetzt ja nicht zwei Stücke am Laufen. Zahlen wir mit 500. Ah, oder mit 1000. Okay. Dann mit 500 zahlen wir gerade monatlich zurück. Bei dem einen 11.000. Bei dem hier mehr. Naja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Servus.